Hallo, ich bin jetzt bald 18 geworden. Jetzt ist halt noch eine zweite Klasse. Ich nehme mein Abitur, mache. Nebenbei arbeite ich halt als Verkäufer, als Rechnungsbohr und mir halt so ein bisschen Geld nehmen, weil es verdient. Ich kriege immer das Zahniball-Image. Ich bin auch so fröhlich und locker und dann passt es ganz gut. Ich ziehe mich extrem stark für Mode und natürlich Musik. Ganz klarer Favorit. Ich reise sehr gerne. Ich will unbedingt nochmal nach New Orleans, weil die Stadt hat einfach eine ganz eisige Art und Flair. Weil ich esse zum Beispiel gar kein Gemüse. Also ich bin total der Anti-Vegetarier. Da bin ich dann doch noch so der Mann, der mit der Keule durch den Wald läuft und die Tiere niederstellt. Ich muss eigentlich sagen, dass ich eher der schüchterne Typ bin. Ich weiß nicht, ob ich da Angst vor einem Korb habe, aber ich muss mir schon sehr sicher sein, wenn ich da anspreche. Ich weiß nicht, ob ich da Angst vor einem Korb habe, aber ich muss mir schon sehr sicher sein, wenn ich da anspreche. Ich weiß nicht, ob ich da Angst vor einem Korb habe, aber ich muss mir schon sehr sicher sein, wenn ich da anspreche.